ja hallo und herzlich willkommen zurück zu letztlich aber 1800 ja um wo sind wir wir sind hier und da sind viele das war schöne Stadt schöne Stadt wird langsam ein bisschen eng wir haben jetzt nur noch 40 und also 40 Handwerker und 40 Bauern wir müssen jetzt mal schauen wie wir hatte wo fährt die hin ach die die fahren jetzt ich glaube die 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 machen das schon oder wenn nicht dann machen sie es jetzt so wir müssen auch schauen wie es unserer Kultur geht Ornamental 3 ja dann machen wir mal ein bisschen mehr Ornamente ne wir planen jetzt auch mal ähm mittlerer Hafen Besucher Kai ähm aber wir ja das quält mir nicht das sollte hier sein das das alles jetzt noch nach rechts zu verschieben das geht nicht oder also ich müsste dann quasi das hier alles nach da verschieben und dann das alles also komplett alles ähm müsste ich dann ein zweiter nach da warte mal ich versuche es mal eine Frühlingswiese nie verdammt muss er musste einzeln verschieben m warte die Bullen sind da warte oder ich mach nee da geht's auch nicht warte ich äh plan das jetzt erstmal reparatur reparatur das ist gut aber äh hier ist ja eh ja aber trotzdem Anliege bietet er zusätzlich Platz das ist auch gut ähm hier ach so warte mal dann kann ich den auch hier hinsetzen kann ich auch machen also hier nicht aber hier ah cool dann ähm lösche mich das mal zerstören warte Entschuldigung du kommst jetzt erwische ich sie bei besonders guter Laune Direktor äh äh knapp halt ne er wirst du nicht ähm 55 warte mal minus 5% Schiff unter Beschuss Wichtigkeit der Bedürfnisse ja so habe ich es noch nie betrachtet es trägt ihre Handschrift ist das äh das hab ich richtig gehört ja still gestanden Ui still gestanden Ui jetzt kommt die die in das Linienchef Warte erwartet Befehle Uiuiui so und das muss ich natürlich hier hin tun wie viel kostet das? Prozent und halt 50 ich probiere mal jetzt achte sie ach das ist er noch einer von Mieter mit Mieter das glaube ich einer der nicht hier erschießen kann ja der hat keine Kanone okay das ist ein Klipper Kluber was soll dem BD werde ich auf jeden Fall dann gebrauchen für die neue Welt quasi von der neuen Welt hierher was wollen die denn sind zufrieden Arbeitsbedingungen habe ich ein bisschen angezogen oder? aber nicht in der Ziegelei Wurst Wurst geht runter Warte Wurst das braucht Warte da kann ich ja hier unten da habe ich da habe ich 105 da kann ich ja da kann ich ja nochmal Schweine machen stimmt da kann ich Schweine machen und hier mache ich mehr von der Schlachterei 1 eine Minute eine Minute das ist gut das ist gut das Sorte und Stieb Diengebiet hier ein Lagerhaus Prozent nehmen wir machen die Machen die Mieter die Mieter wir machen sie und das war so war dann bitte hierhin perfekt das gefällt mir und das da das fast das Ende das ist wunderbar perfekt warte so jetzt sieht man das ein bisschen solche nicht mehr gut dann machen wir ganz viele Schweine warte wie war das nochmal so nee das ist falsch äh aber ich habe es schon wieder vergessen ich Idiot äh 1 2 3 hä nein 3 konzentriert das war so genau und jetzt einige Felder könnten helfen Jo da hast du recht so war das nein mein so 3 auf 3 ne äh warte ach 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 haha Entschuldigung ähm so 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 wie viel haben wir hier jetzt? äh 60 warte warte wir können hier auch bisschen mehr anbauen jetzt da unten warte äh schnaps geht immer schnaps geht runter ja die ist offen ja wirklich heftig malz aber ja bier geht hoch trotzdem malz könnte ich ja ähm malz könnte ich da unten auch anbauen dann brot ist äh äh locker easy ne 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 da brauchen wir Arbeiter nee da brauchen wir Arbeiter warte hier das ist auch ne Fette ins das hat die wenn nur ein Leben von Karten das singt hat die wahrscheinlich nicht genug fünf Steinkohle die Stadt Kupfer speichern zu mir Kartoffeln da können wir ja ich hier ganz wie sie mit dem Kartoffeln da kommt die Flotte mehr sieben Minuten was von den Sons sie viel erhebt euch im Tor HAA Warten habe ich die nicht schon geplant die habe ich da oben hier Nähmaschinenfabrik brauche ich da mehr ich weiß es nicht ich kann ja erstmal das aktivieren dann zahlen die auch mehr hoffe ich weil gerade habe ich wieder nur 500 Zufriedenheit rum ah ja ja ok den bekomme ich ja erst in der neuen Welt naja es geht stetig hoch das ist gut 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 ein neuer Auftrag ich kann ja jetzt auch mal ähm anfangen hier zu planen wie ich die Verteidigung mache äh hier hier und zwar wieder hier und zwar hm das ist ja das jetzt Geschützstellung mittlere Reichweite lange Reichweite ja ähm einen guten Rundumverteidigung verlangt oh verlangtsamt die Gegner das ist das ist natürlich ähm Bombe das war sehr schön keine Mauer ah krass der Volke ist bereit warte da mache ich gleich mal so ne wo muss der hin äh ja jetzt ist gerade hier ein bisschen eng passt es dies habe ich nicht bedacht dann mache ich das alles mal wieder weg ich dachte die können sich da trotzdem frei bewegen so bereit so dann gibt mal das ab waren ihre Nachforschungen erfolgreich alles scheint in Ordnung zu sein still gestanden der Admiral so hast du ne Aufgabe helfen sie mir die Last des Kaiserhauses zu stemmen 20.000 die Kälte weicht der Wärme Jo was geht bauen sie Besucher kein achso ne heute ein dafür muss ich ja in den Stand gespeichert noch ein bisschen Schöner machen du bist keiner der sich die Hände schmutzig macht leider äh doch bei dir würde ich mir eine Ausnahme machen so ähm Gartenbänke das passt hier alles nicht so hin aber ich könnte wenn ich wollte das ist hier alles viel zu nah ich hab das blöd gebaut ganz ganz blöd gebaut Piazza Bank sollen wir hier ja dann passt es halt nicht mehr hin Zeitung ich muss natürlich da nebenhin daneben Bänke dann denkmal und noch ein Denkmal Pavillon Springkrum hier in der Mitte und dann hier ein Eingang dann Eingang ne das sieht doch kacke aus hm 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 warte den Springbrunnen mache ich mittig so die beiden mache ich weg ähm ähm paving ach das ist ja so riesig Zeitungsstand 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 ist eigentlich auch cool aber dann das kann ich ja hier machen wir sind beide Seiten in beide Richtungen gut dann mache ich hier einen Eingang ups nup ähm hier einen Eingang mach ich einen Doppel Eingang wenn das nicht geht ähm so dann mache ich hier nochmal schuf ne das war falsch nicht mh 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 haben wir da finden ja ich will ich will ähm so straßen haben aber komplett durch also dass das da kein gras drin ist so sieht das irgendwie nicht so schön aus so ja das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so die erde dass das bauen wir jetzt erst mal so damit hier erst mal das ist ja alles sie sind sie reden nach langer Dürre die ist zufrieden hat uns 20.000 gegeben Spielstand gespeichert warte die ecke mache ich weg warte die da mache ich weg da kommen ganz viele bänke hin so Garten. Ach süß. Warte, und das hätte ich da hinbekommen. Garten neben der Feuerwehr. Wie wär's? So. Ein Eckteil. Grades Teil, Eckteil. Kann ich natürlich nicht hin tun. Dann kommt stattdessen... Dann kommt stattdessen dahin. Den muss ich jetzt löschen. So. Und dann Bänke. Wo, wo gab's denn die anderen? Piazza. Genau. So. Geht zwar hübscher, aber... So. Gut, wie sieht's denn jetzt aus? Ah, naja, nicht ganz so gut. Feierlichkeiten. So. Die wollen jetzt Pelzmäntel. Ah, da brauche ich noch 40. Hm, ja, da brauche ich noch ein paar. Der... Pfff, der Zoo. Der Zoo, der Zoo. Das wird nochmal lustig mit dem Zoo. Warte mal kurz. Äh, ich muss kurz... Schauen. Ah, okay. Gut. Oh, ja. Äh, ich musste kurz, äh... Schauen, wie... Wie viel wir schon, äh, aufgenommen haben. Wie lange. Und wir sind bei 20 Minuten. Das heißt, ich hab noch... Zeit für... Achso. Unsichere Gewässer. Insel der Liebe. Eine Angelegenheit des Herzens. Die Mannschaft hat die ganze Freundschaft genossen und viele weigern sich, die Insel zu verlassen. Sie haben Liebesbande mit den Söhnen und Töchtern des einheimischen Königs geknüpft. Mit den Söhnen und Töchtern. Äh, Genda, oder? Weil ich meine, ähm, auf den Booten damals waren natürlich nur mit sehr wenigen Ausnahmen nur Männer. Aber okay. Vielleicht kann er überzeugen... Äh, achso. Hä? Vielleicht kann er überzeugt werden, sie mit euch ziehen zu lassen. Achso, der König, okay. Sie können versuchen, der eine Übereinkunft zu treffen, oder aber sie warten, äh, bis er seine Kupfer-Orakel befragt. Redekunst-Glauben... Ohne die Verbliebenen... Oh, ja, ich, äh... Äh... Nimm mir ein Schiff zurück. Beklären von einem Fein... Alter. Passenderweise werden einige mal drunken, mitten ins Herz getroffen und verblunden sein. Das geht... Al... Oh nein. Der Mate ist weg. Ach. Na gut. Wir leben hier an einem guten Ort. Ja, das stimmt. 300 Holz. Verkauf ich den Holz, ja, aber verkauf ich. Spielstand gespeichert. Ach genau, ich muss ja jetzt, äh, noch, äh, eingeben, dass die Liebeschweinchen, äh, mit von der Partie... Also, königliche Prongstück. Warte, warte, wo seid ihr? Wo seid ihr? Da seid ihr. Äh, nee. Wo seid ihr? Da seid ihr. Schona steht bereit. Dann, äh, zeig mir mal. Äh, okay. Die kann nur ein... Okay, abbrechen. Der kann noch, ähm, Schweine mitnehmen und Schweine ausladen. Handeln. Äh, die da kann... Wieso? Habe nicht genug, äh, Frachtplätze. Oh, okay, okay. Dann... Dann vergisst das. Warte. Gut. Warte, der ist weg. Ja, der, hey. Ach so, ich hab, äh, äh, tete, tete. So. Ah, nee. Jetzt ab. Ähm. Dann brauche ich ja eigentlich... Hat es jetzt doch Schwachsinn. Ich kann ja mit einem Schiff das Ganze machen. Oh, der ist, äh, ich baue mir halt noch einen kleinen. Der, äh, die kosten ja nicht viel. Äh, ein kleines Kanonenboot. Das kann er sich dann auch noch, ähm, auch noch wählen. Ähm, fränkande. Hat er einfach Plätze zwei. Alter, ich, ich baue noch mal Schoner. Und danach, äh, nochmal ein Linienschiff. Dann, äh, haben wir hier auch ein paar, die, äh, beschäftigt werden. Und das ist gut. So, jetzt aber. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal wieder. Uhu. Kommen da welche? Nee. Meine Augen brennen. Schnüff, schnüff. Auf jeden Fall. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss. Ciao. Au. Ah! Untertitelung des ZDF, 2020